Im Jahr 1936 verursacht die 31-jährige Sada Abe einen Vorfall, über den jahrzehntelang berichtet werden wird. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Sada wird im Jahr 1905 in Tokio in einer wohlhabenden Familie geboren. Sie ist das siebte von acht Kindern, doch nur sie und drei ihrer älteren Geschwister überleben bis zum Erwachsenenalter. Ihre Familie genießt Ansehen in der Gegend, ihre Eltern stellen Tatami-Matten her. Und weder ihr Vater noch ihre Mutter sind jemals in irgendeiner Weise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Allerdings ist ihr Bruder Shintaro dafür bekannt, sich mit vielen Frauen einzulassen. Nachdem er eine von ihnen geheiratet hat, nimmt er einen großen Teil des Geldes seiner Eltern und brennt mit seiner Frau durch. Auch Sadas ältere Schwester, Teruko, hat mehrere Liebhaber und ihr Vater schickt sie zur Strafe in ein Bordell zum Arbeiten. Allerdings holt er sie nach wenigen Monaten zurück und sie heiratet ebenfalls. Sada selbst hat viele Freiheiten und wird als jüngstes überlebendes Kind der Familie von der Mutter verwöhnt. Sie ermutigt sie, Gesangsstunden zu nehmen und Shamisen spielen zu lernen und Sada stylt und schminkt sich gerne, bevor sie ausgeht, sodass sie an eine Gesha erinnert, die damals wie Berühmtheiten behandelt wurden. Sie schließt sich einer Clique Teenager an, die ähnlich wie sie viele Freiheiten und finanziellen Spielraum haben, sie aber auch zu vielen Dingen anstiften und so lässt auch Sada sich mit verschiedenen Jungs ein. Ein junger Mann soll gegen ihren Willen mit ihr intim gewesen sein. Vor allem zu den Zeiten, als die Eltern auch Probleme mit den älteren Kindern haben, ist auch Sada recht schwierig und macht, was sie will. Zum Beispiel ist sie fast jeden Abend mit irgendwelchen Freunden in Bars unterwegs und kommt erst im Morgengrauen nach Hause. 1922, als sie 17 ist, wird sie in ein Gesha-Haus nach Yokohama geschickt. Während Teruko, ihre Schwester, behauptet, dass Sada wiederholt den Wunsch ausgedrückt hätte, Gesha zu werden, sagt sie selbst, dass sie von ihrem Vater zur Strafe in das Gesha-Haus geschickt wurde. Vermutlich behauptet sie dies, da sie von dem Leben als Gesha schnell enttäuscht ist. Obwohl sie jahrelang auf die Tätigkeit hingearbeitet hat, Kunst, Musik und Gesangsstunden genommen hat, behält sie als Gesha einen niedrigen Rang und schafft es nicht, aufzusteigen. Auf dem Rang, den sie hat, besteht ihre Haupttätigkeit darin, Dienste für Männer zu leisten und sie steckt sich dabei mit Syphilis an. Deswegen muss sie nun regelmäßig zur Untersuchung gehen, genau wie Frauen, die in Bordellen arbeiten. Da ihre Tätigkeit als Gesha mit einem niedrigen Rang dieser Tätigkeit sowieso schon ähnlich ist, sie aber in einem Bordell besser bezahlt wird, beginnt sie also, direkt dort zu arbeiten und gibt das Gesha-Dasein auf. Ihre Tätigkeit ist damals legal und das Gewerbe lizenziert. Doch sie beginnt immer wieder, ihre Kunden zu bestehlen und zwar so große Summen, dass sie damit durchbrennen kann. Allerdings wird sie jedes Mal nach kurzer Zeit gefunden und zu ihrem Arbeitsplatz zurückgebracht. Erst 1932 schafft sie es, sich von den Pflichten gegenüber ihres lizenzierten Arbeitgebers zu befreien und arbeitet kurzzeitig als Kellnerin, doch dies ist ihr zu schlecht bezahlt. So arbeitet sie wieder in ihrer vorherigen Tätigkeit, allerdings dieses Mal bei unlizenzierten Arbeitgebern. In dem Zusammenhang wird sie einmal bei einer Kontrolle kurzzeitig festgenommen. Ein guter Freund ihres damaligen Arbeitgebers, Kinoske Kasahara, hat Beziehungen und bekommt sie wieder frei. Im Jahr darauf stirbt ihre Mutter und ein Jahr später auch ihr Vater. Kasahara bietet Sada an, seine Konkubine zu sein und sie willigt ein. Er baut ihr ein Haus und zahlt ihr ein regelmäßiges Einkommen dafür, dass sie ihm zur Verfügung steht. Er sagt, sie hätte großartige Dienste geleistet. Doch als Sada ihn fragt, ob er seine Frau für sie verlassen würde, lehnt er ab. Kurz darauf fragt Sada ihn, ob sie sich dann einen Liebhaber nehmen könne, was er ebenfalls ablehnt. So flüchtet sie im Jahr 1935 vor Kasahara nach Nagoya, wo sie in einem Restaurant bedient. Dort lernt sie den Schuldirektor Goro Omiya kennen. Doch da ihr Arbeitgeber keine Beziehung zwischen ihr und einem Kunden tolerieren wird und sie sich in Nagoya sowieso langweilt, kehrt sie nach Tokio zurück. Goro, der nicht nur an Sada, sondern auch politisch interessiert ist, kommt ebenfalls nach Tokio, bezahlt einen Teil ihrer medizinischen Behandlungen und schlägt ihr vor, ein Restaurant zu eröffnen. Um Erfahrungen zu sammeln, meint er, sie solle als Auszubildende in einem Restaurant beginnen und die mittlerweile 31-jährige Sada findet eine Anstellung im Yoshidaya-Restaurant, das von dem 42-jährigen Yoshiso Ishida geführt wird. Mit Goro kommt daraufhin keine weitere Beziehung zustande, denn der verheiratete Ishida, der in seinem eigenen Restaurant bereits als Frauenheld bekannt ist, entwickelt schnell Interesse an Sada. Zunächst treffen sie sich in Teehäusern, dem Ort, an dem man sich damals mit Begleitdamen aufgehalten hat, doch ihre Aufenthalte dort dauern anstelle von einigen Stunden immer mehrere Tage und die Geishas, die dort arbeiten, erinnern sich gut an die beiden. Zwischen Ende April und Anfang Mai 1936 ziehen sie zwei Wochen lang durch verschiedene Teehäuser, ohne zwischendurch zu Ishidas Restaurant zurückzukehren. Sada sagt später, dass Ishida sowohl optisch als auch von seiner Art her unwiderstehlich attraktiv gewesen sei. Nach den zwei Wochen, die sie zusammen verbracht haben, kehrt Ishida zu seiner Frau zurück und Sada betäubt sich mit Alkohol. Wie sie später sagt, hätte sie in den zwei Wochen zum ersten Mal erlebt, was echte Liebe bedeutet und die Tatsache, dass Ishida bereits verheiratet ist, hätte sie extrem eifersüchtig gemacht. Am 9. Mai sieht Sada eine Theateraufführung, in der eine Geisha ihren Liebhaber mit einem Messer bedroht. Sada beschließt, dies bei ihrem nächsten Treffen mit Ishida zu machen. Zwei Tage später lässt er ihr ausrichten, dass er den Abend mit ihr verbringen möchte. Bevor sie zu ihm geht, besorgt sie sich ein Küchenmesser. Genau wie sie es auf der Bühne gesehen hat, hält sie Ishida das Messer an den Hals und sagt zu ihm, Zitat, Den Kimono trägst du doch nur, weil du deiner Lieblingskundin gefallen möchtest. Dafür werde ich dich töten. Ishida ist überrascht, hält das Ganze aber für ein Schauspiel und er scheint Gefallen daran zu finden. Sada belässt es an dem Abend auch bei der kurzen Drohung mit dem Messer. Die nächsten Tage verbringen die beiden gemeinsam, unter anderem im Hotel Mansuki. Am Abend nach der ersten Drohung mit dem Messer droht sie ihm erneut. Dieses Mal hält Sada das Messer nicht an Ishidas Hals, sondern an einen anderen Körperteil. Wieder zwei Abende danach beginnt Sada ihn zu würgen. Ishida sagt, dass ihm dies gefällt und dass sie weitermachen solle. Am 16. Mai, als sie bereits eine Woche lang zusammen unterwegs sind, würgt Sada ihn mit einem Kimono-Gürtel mit Ishidas Einverständnis über zwei Stunden lang. Zum Schluss geht sie zu weit und Ishida hat danach Schmerzen am Hals. Dagegen gibt sie ihm ein Schlafmittel. Bevor er einschläft, soll Ishida gesagt haben, Zitat, Du wirst den Gürtel wieder zuziehen, wenn ich eingeschlafen bin, oder? Wenn du es tust, lass dieses Mal nicht mehr los, denn es ist hinterher sehr schmerzhaft. In dieser Nacht tut Sada nichts, doch in der nächsten. Gegen drei Uhr in der Nacht des 18. Mai, als Ishida schläft, schlingt sie den Gürtel um seinen Hals, zieht ihn zu und stranguliert ihn. Sie beschreibt unmittelbar danach, ein extrem befreiendes Gefühl gehabt zu haben. Anschließend legt sie sich mehrere Stunden lang neben seiner Leiche ins Bett. Am nächsten Morgen dann schneidet sie seine Geschlechtsorgane ab, wickelt sie in die Titelseite einer Zeitschrift und bindet sie vorne in ihren Kimono ein. Mit Ishidas Blut schreibt sie zweimal, einmal auf das Bettlaken und einmal auf sein Bein, Zitat, Wir beide, Sada und Ishida, sind alleine. Dann ritzt sie die Schriftzeichen ihres Namens mit dem Messer in seinen Arm. Anschließend zieht sie seine Unterwäsche an und verlässt das Hotel, in dem sie übernachtet haben. Dem Besitzer sagt sie, er solle Ishida nicht stören und noch schlafen lassen. Am gleichen Vormittag trifft sie zufällig auf Goro Omiya, der zu der Zeit seine politische Karriere verfolgt. Sada beginnt, sich bei ihm zu entschuldigen, doch Goro hat keine Ahnung, warum. Er nimmt an, dass sie sich entschuldigt, da sie sich ja an seiner Stelle für einen anderen Liebhaber entschieden hat. Doch in Wirklichkeit entschuldigt sich Sada, da sie weiß, dass Goros politische Karriere ruiniert sein wird, sobald ihre Tat entdeckt wird, und herauskommt, dass Goro zuvor eine Beziehung mit ihr hatte. Dies kann Goro natürlich zu dem Zeitpunkt alles nicht ahnen. Später an dem Tag, als es dem Hotelbesitzer merkwürdig vorkommt, dass sein Gast immer noch nicht nach draußen gekommen ist, sieht er im Zimmer nach und findet seine Leiche. Die Polizei beginnt sofort eine Suche nach Sada, doch niemand weiß zu dem Zeitpunkt, wo sie sich aufhält. Die Zeitungen stürzen sich auf den Fall und berichten in allen Details, was für großes Aufsehen im ganzen Land sorgt. Alle halten Ausschau nach Sada und die Polizei bekommt Hinweise über angebliche Sichtungen von ihr aus mehreren Städten. Als eine Person in Ginza behauptet, Sada Abe gesehen zu haben, kommt es dort fast zu einer Massenpanik und zu einem Verkehrschaos. Sada, die sich unter falschem Namen in einer Bar in Shinagawa eingemietet hat, besucht am Tag nach der Tat ein Kino und schaut einen Film, geht einkaufen und lässt sich eine Massage geben. Anschließend geht sie zurück in ihr Zimmer. Sie möchte, dass Ishidas abgetrennte Körperteile ein Teil von ihr werden, nimmt sie in den Mund, aber kann sie nicht schlucken. Deshalb beschließt sie, nach Osaka zu gehen, um sich dort von einer Klippe des Berges Ikuma zu stürzen. Die Körperteile hat sie wieder eingepackt und in ihren Kimono eingebunden. Sie trinkt eine Menge Bier in ihrem Hotelzimmer und schreibt Abschiedsbriefe an Goro, einen weiteren Freund und an Ishida, als die Polizei in der Bar auftaucht. Sie überprüfen auf der Suche nach ihr alle Hotels und Bars in der Gegend. Der Name, unter dem sie sich eingemietet hat, kommt der Polizei verdächtig vor und sie klopfen an ihrem Zimmer. Sada öffnet ihre Tür und nachdem ein Polizist sie nach ihrer Identität fragt, antwortet sie, Zitat, Sie müssen nicht so förmlich sein. Sie suchen nach Sada Abe, oder? Das bin ich. Ich bin Sada Abe. Doch die Polizisten sind zunächst nicht überzeugt, so dass Sada die abgetrennten Körperteile ihres Opfers auspackt und ihnen vorlegt. Daraufhin wird sie festgenommen. Bei ihrem Verhör wird sie gefragt, warum sie ihrem Opfer ausgerechnet diese Körperteile abgeschnitten hätte und sie antwortet, dass sie etwas mitnehmen wollte, was ihr die lebhaftesten Erinnerungen an Ishida bringt und zum Beispiel sein Kopf wäre einfach zu groß gewesen, um ihn mitzunehmen. Auf die Frage nach ihrem Motiv sagt sie, dass sie ihn einfach so sehr geliebt hätte, dass sie ihn für sich alleine haben wollte, was aber nicht möglich gewesen wäre, da er ja bereits verheiratet war und sich ständig mit anderen Frauen eingelassen hätte. Nach dieser Aussage wird ihr Fall noch bekannter, da die Zeitung sie als die Frau, die nicht aus Eifersucht, sondern aus Liebe tötete, betitelt. Sada stellt sich auch die Frage, ob Ishidas Aussage zwei Nächte vor der Tat, dass sie den Gürtel zuziehen und nicht mehr loslassen solle, ernst gemeint war, kommt aber dann zu dem Schluss, dass er dies im Scherz gesagt hätte. Goro Umiya muss nach den Berichten, wie von Sada bereits vermutet, seine politische Karriere aufgeben. Zu Sadas Prozessbeginn versammeln sich hunderte Menschen vor dem Gerichtsgebäude, so viel Aufmerksamkeit hat der Fall bekommen. Sie sagt aus, dass es nie zuvor einen Mann gegeben hätte, bei dem sie sich so fühlte wie bei Ishida. Ursprünglich werden zehn Jahre Gefängnis für sie gefordert, wobei sie selbst sagt, dass sie das Todesurteil erwartet. Schlussendlich wird sie jedoch nur zu sechs Jahren Haft verurteilt. Sie kommt als Gefangene Nummer 11 ins Toshigi-Frauengefängnis. Anlässlich des Nationalfeiertags wird sie einige Jahre später begnadigt. Und so kommt sie bereits am 17. Mai 1941, fast genau fünf Jahre nach ihrer Tat, wieder frei. Ihr Fall, der so prominent in den Medien war, fasziniert auch andere Täter. Soll Mutsu Toy, der zwei Jahre nach Sadas Verhaftung das schreckliche Tsuyama-Massaker mit unzähligen Toten verursacht hat, von ihr fasziniert gewesen sein. Über ihre Verhöre und ihren Prozess wird ein Buch veröffentlicht, das zu einem Bestseller wird. Auch darin wird hervorgehoben, wie sehr sie ihr Opfer geliebt hätte. Nach ihrer Entlassung bekommt Sada einen falschen Namen, Yoshi Masako, und wird wieder Konkubine eines reichen Mannes. Doch als ihre wahre Identität herauskommt, beendet er das Verhältnis. Im Jahr 1949, als Sada 44 ist, beteiligt sie sich an der Gründung einer Theatergruppe, die ihren Fall auf der Bühne darstellt. In den 50ern wird sie in einem Restaurant angestellt und gut dafür bezahlt, dass sie unter ihrem wahren Namen Personen vor dem Restaurant anspricht, um das Interesse potenzieller neuer Kunden zu wecken. 1969, im Alter von 64, macht sie in einem Dokumentarfilm von Teru Ishii mit, in dem es um wahre Taten von Frauen geht. Es sind die letzten öffentlichen Bilder von ihr, denn im Jahr 1971 verschwindet sie plötzlich spurlos. Sie hat niemandem erzählt, was sie vorhat, niemand weiß, wo sie hingegangen ist. Einige Jahre später behauptet der Filmdirektor Nagisa Oshima, dass er sie in einem Kloster in Kansai aufgespürt hätte. Ob dies stimmt, ist unklar. Seit Ischidas Tod schickt eine anonyme Person jedes Jahr zu seinem Todestag einen Blumenkorb zu seinem Grab. Nach Sadas Verschwinden im Jahr 1971 werden die Blumen weiterhin geschickt. Bis zum Jahr 1986. Danach hören die Blumenlieferungen auf. Ischidas abgetrennte Körperteile waren zunächst in der Pathologieabteilung der Universität Tokio und wurden ab kurz nach dem Krieg öffentlich ausgestellt. Mittlerweile sind sie leider verschwunden, wohin weiß niemand. Dies war der Fall von Sada Abe. Was sagt ihr dazu? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen und falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. Untertitelung. BR 2018